Moin, ich bin Nils von SLS und heute zeigen wir an unserem R107 die Demontage und Montage des Zierrahmens der Frontscheibe. Bevor ich jetzt mit der Demontage des Scheibenrahmens beginne, baue ich als erstes mal die Wischerarme ab. Damit ich beim Anbau hinterher wieder die Originalposition der Wischerarme treffe, markiere ich mir vorher einmal die Lage mit Klebeband. Ich habe jetzt hier mal den Lieferumfang dieses Repro-Leistensets ausgebreitet. Wenn man das im Vergleich zu den Originalleisten betrachtet, sieht man schon auf den ersten Blick, dass der Glanzgrad ein unterschiedlicher ist. Das ist jetzt ein bisschen Geschmackssache, wem das gefällt oder nicht, aber sagt noch nichts über die Passgenauigkeit aus und das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Ich beginne jetzt mit der unteren Leiste und fange dabei in der Mitte an, damit ich hier die Ecken nicht aufbiege. Mal gucken, dass uns das gelingt. Hier sieht man jetzt ganz deutlich die sechs Halteklammern, die den unteren Zierrahmen festgehalten haben. Man kann auch an dem Rahmen selber hier noch die Punkte sehen, wo das eingegriffen hat. Und ganz wichtig, hier sieht man einige Gummiklötzchen noch, die den Abstand der Frontscheibe zu den Klammern darstellen. Wenn die Scheibe mal getauscht wird, sollten diese Klötzchen auf jeden Fall noch vorhanden sein. Jetzt können auch die übrigen Leisten demontiert werden. Auch da lieber in der Mitte anfangen. Ah, geht doch. Sehr schön. Alle Leisten sind jetzt demontiert und bevor wir die neuen aufsetzen, werde ich erstmal den ganzen Dreck von der Scheibe reinigen und auch die Klammern nochmal etwas sauber machen. Jetzt, wo der Scheibenrahmen ab ist, haben wir auch die Gelegenheit, mal die Lüftungsgitter hochzunehmen und da mal einen Blick reinzuwerfen, mal zu gucken, wie das da drunter aussieht. Man sieht jetzt hier, dass das Lüftungsblech mit drei Kunststoffniete gehalten ist, wobei die mittlere noch die original Mercedes-Niete ist und die beiden anderen mal durch irgendwen ersetzt wurden. Die Niete sind jetzt raus und wir nehmen mal einmal das Blech ab. Da drunter befindet sich dieses Gitter und hier liegt noch so eine kleine Dichtung. Wenn ich jetzt diese Klappe hier leicht runterdrücke, können wir mal einen Blick in den Kasten werfen. Unsere kleine Inspektion hat jetzt eben einiges offenbart. Zwar wenig an Laub oder Dreck, der da drin ist, aber doch einiges an Korrosion, wo jetzt auch demnächst akut Handlungsbedarf ist. Die Kunststoffniete, mit der wir das Blech jetzt wieder befestigen, besteht eigentlich aus zwei Teilen. Geliefert werden sie angesetzt, angeschweißt mit diesem kleinen Pin. Der sitzt hier fest dran, den bricht man einmal ab, entgratet das ein bisschen und steckt ihn dann entsprechend in das Loch ein. Bevor ich jetzt die Alu-Leisten wieder aufsetze, muss hier erst nochmal dieses Gummiprofil eingesetzt werden. Hier ist so eine kleine Nut und da muss das dann eingeführt werden. Das entkoppelt hinterher das Alu-Blech von der Scheibe. Das neue Gummiprofil ist jetzt in allen Leisten eingesetzt und jetzt ist der obere Rahmen und die Seitenteile schon mal vormontiert. Das ist jetzt eine Arbeit, die wir am besten zu zweit machen, das anpassen, damit wir hier auch wirklich mittig die Leiste aufsetzen können. Die oberen Klammern am Scheibenrahmen kann man bei uns im Shop kriegen, die seitlichen und die unteren Klammern kann man aber noch sehr günstig bei Daimler kriegen. Bevor die seitliche Leiste wirklich in den Klammern sitzt, muss vorher das A-Säulen-Gummiprofil einmal hier rausgehebelt werden, damit das da nicht einklemmt. Der erste Versuch, den Zielrahmen so zu montieren, ist leider nicht geglückt. Ich werde jetzt die A-Säulendichtung demontieren, damit uns dieser Gummilappen der A-Säulendichtung nicht ständig die Klammern verdeckt. Das ist nun leider das Ergebnis unseres recht langwierigen Einbauversuchs. Man kann an den Ecken ganz deutlich sehen, dass die Maße nicht übereinstimmen, wenn die Leisten in den Klammern sitzen. Damit können wir nicht zufrieden sein. Wer nun gar keine Leisten hat, kann sich vielleicht damit behelfen. Wir verwenden lieber unsere alten Originalteile. Das war's mit unserer Arbeit an dem Scheibenrahmen. Wir haben jetzt unseren alten Rahmen wieder montiert. Der ist zwar ein bisschen zerkratzt, aber er passt wenigstens an dieses Auto. Als finalen Arbeitsschritt setze ich jetzt die Wischerarme wieder auf. Das war's für heute. Unsere Arbeiten sind abgeschlossen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis denn! Bis multimedia! Bis denn! Bis ja! S~! S~! Bis zum nächsten Mal.